Ja, ja, das Nether-Update. Viele neue Biome im Nether und viele neue Blöcke, die wir nutzen können. Und heute möchte ich euch mal ein paar Bauideen und ein paar Building-Tricks mit den neuen Blöcken an die Hand geben. Legen wir also los. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Lars LP und hinter mir sehen wir schon die ganzen Blöcke, die so dazugekommen sind. Der größte Aspekt dieser neuen Blöcke sind natürlich diese Wirr-Blöcke und diese Karmesin-Blöcke. Die gibt es dann als Stufen, Treppen, Falltüren, Schilder, Druckplatten, Knöpfe, normale Blöcke, entrindete Blöcke. Ganz, ganz viel. Auch als Erdblöcke oder halt hier im Karmesin-Stil. Das ist so der größte Upgrade-Punkt, den wir haben oder den größten Block-Zuwachs. Wir haben aber auch sowas wie hier, das ist der Seelenanker, der ist richtig cool mit Animation obendrauf oder ein Pilzlicht oder auch hier diesen Leitstein. Das ist auch sehr cool und daraus kann man sehr coole Dinge machen. Aber ich habe mir mal diesen ganzen Käse mit, ja wir machen daraus wie immer Stühle und weiß ich nicht, habe ich mir mal gespart. Ich denke, das kann jeder mittlerweile. Und wenn nicht, dann empfehle ich dir mein Video mit den 100 plus Bautipps und Tricks, da findest du die Tische und Stühle. Doch kommen wir mal zu etwas anderem. Ich finde die Idee sehr cool mit dem Pilzlicht, den Falltüren drumherum und der Zwirbelranke unten drunter als so eine, naja etwas organische Lampe. Sieht so ein bisschen aus wie so eine organische Stehlampe, finde ich sehr cool. Natürlich kann man das auch so ganz einfach hinten in die Wand machen oder, was ich auch sehr cool finde, so als Hängelampe. Muss ja nicht zwei Blöcke hoch sein, kann ja auch nur eins, ne. Oder wir nehmen die Trauerranken und machen die einfach als Pflanze von der Decke. Das geht natürlich auch. Sieht auch sehr cool aus. Dann haben wir hier noch was ganz Neues und ich finde, man kann aus diesem Leitstein und der neuen Seelenerde auch wunderbar einen Grabstein machen. Vielleicht so ein bisschen die Seelenfeuerlaterne da drauf oder daneben oder weiß ich nicht. Aber ganz einfach und trotzdem sehr cool. Ah ja, wie oft wird er wohl diesmal sehr cool sagen? Hier kommen wir zu etwas, was ich persönlich wirklich, hier kommen wir zu einer meiner Favoriten. Und zwar ist das in klein ein eigenes Biom gemacht, was man dann an der Oberwelt machen könnte. Ich hoffe, man kann diese Sachen auch in der Oberwelt dann einfach so platzieren und nicht nur im Kreativmodus. Ich finde es aber sehr cool, dass wir diese Ranke hier, diese Zwirbelranke in die Mitte gemacht haben. Die kann man nämlich hochklettern, im Prinzip wie normale Ranken. Und drumherum ist halt so ein bisschen Nessersprossen oder Wirrwurzeln, ein paar Wirrpilze. Und hier haben wir den Seelenanker, wo wir einfach Teppich drauf gemacht haben. Aber ihr müsst unbedingt Shift gedrückt halten. Wenn ihr das so versucht mit einem Rechtsklick, dann fliegt der in die Luft. Ich finde das einfach ultra cool als so ein mystisches Biom, was man so in den Wald reinmacht. Hier haben wir dann das Wirrholz und die Wirrtür, die erstens sehr cool ist, weil die hat so ein geschwungenes Muster. Wenn man nur so eine Doppeltür sieht, dann dachte ich erst, ich mach mal so, dann dachte ich erst so, das sieht so ein bisschen nach Wassertempel aus oder so. Oder Nagas oder keine Ahnung. Aber man kann das auch sehr cool in einer Wand verwenden. Und mit diesem Muster bekommt man so eine ganz neue eigene Optik. Was mich dann gleich zu einem Baum führt, der auch in unser Biom passen würde. Und zwar habe ich aus Wirrwarzenblöcken einfach das Blattwerk gemacht. Es gab mal eine Zeit in Minecraft, da waren die Laubblätter noch nicht transparent und da sahen die genau so aus. Und das hat mich doch dann so ein bisschen wieder an alte Minecraft-Tage erinnert. Finde ich sehr, sehr cool. Ernsthaft, jedes Mal kommst du vorbei. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. So, Entschuldigung für den Gefühlsausbruch hier. Aber hier haben wir noch etwas, was wir zu diesem selbstgemachten Biom dazu tun könnten. Doch geht es hier um diese Blöcke. Der Wirrstil. Der ist sehr cool, weil der animiert ist. Wir haben hier richtig dieses Wabern, dieses Schwobern durch. Und man kann das doch als so eine mystische Tür zum Beispiel nehmen. Davor einfach natürlich wieder hier so ein bisschen Wirrnessel und Warzenblöcke. Ein paar Wirrdruckplatten. Da vorne wieder der Seelenanker, damit wir so ein bisschen diese Partikel in der Tür haben. Und wenn wir hier drauf drücken, ist die Tür auf, ist sie zu. Ja, aber es ist halt sehr cool, wenn man das zum Beispiel als so einen versteckten Eingang irgendwo in einem richtig dichten Wald macht, den man dann nicht sofort sieht. Und vielleicht so ein bisschen, bisschen wunderlich, bisschen Adventure mäßig ist. Natürlich würde das Ganze auch mit Karmessin, Hüpen und Wein in den Obsidianen gehen. Bei Wein in den Obsidianen ist halt noch sehr cool, dass so Obsidianpartikel hier überall so runter tropfen. Aber grundsätzlich geht das mit allem. Das passt vielleicht nicht so gut in den Wald. Mehr so in die Badlands. Oder das hier so schwierig, mehr Untertage vielleicht. Aber geht natürlich auch damit. Das ist noch einer meiner Favoriten. Und zwar der Verzauberungstisch einfach voll mit diesen Seelenankern hier. Natürlich können wir jetzt nicht maximal verzaubern. Die unteren Bücherregale zählen so nicht. Die müsste man wieder so frei machen. Ja, dann würde es gehen. Aber ich finde es einfach ultra cool, wie das ausschaut. Weil hier überall diese Partikel hochfliegen. Also jetzt ist es wirklich mal magisch und verzaubern. Und ich finde das ultra cool. Jetzt kommen wir zu etwas. Ja, mega. Einfach mega. Und zwar sehen wir schon, wir haben hier so ein Wirrbrett über Lava. Und damit passiert einfach gar nichts. Lad, du hast doch den Feuertick ausgemacht. Nee, habe ich nicht. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar haue ich einfach hier mal Schwarzeichenholz rüber. Und wir warten mal kurz. Das brennt schon. Es brennt schon. Es brennt schon. Ja, es geht und weg. Ja, super schnell. Diese Bretter sind feuerresistent. Und damit können wir über Lava sehen, im Nether, wo auch immer, können wir ein Boot bauen. Und ich finde, mit dieser Wirrtreppe, oder allgemein diesen Wirrblöckern, Blöckern, 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 mit diesen Wirrblöcken, können wir so richtig schönen fliegenden Holländer machen. So ein Geisterschiff. Mega cool. Hier dann mal zwei kleine Dinge. Jeder, wirklich jeder versucht als allererstes die neuen Blöcke zu nehmen. Macht Treptos drum und guckt, was für ein Fass das ist. Hier hätten wir voll Kirschen. Hier voll Blaubeeren. Voll okay. Kann man machen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von diesen Wirrblöcken und Carmesin und kommen rüber zum Basalt. Der oder das Basalt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Basalt. Der ist so ein bisschen steinern. Irgendwie. Aber er sieht aus wie Holz. Also, ich weiß nicht. Ich bin zwiegespalten. Kann man aber sehr cool zum Beispiel für verbrannte Objekte nehmen. Hier hätten wir jetzt einen Baum. Vielleicht aus so einer verbrannten Region, wo die Bäume abgebrannt sind. Kann man das super machen. Oder wenn man ein Haus hat, was abgebrannt ist, dann kann man da Stücke ersetzen mit Basalt. Auf jeden Fall sehr cool für so Fallout-Gebiete. Für Ork-Gebiete. Für alles, was irgendwie so triste, tröge, verbrannt, abgeschottet ist irgendwie. Sehr, sehr geil. Bringt uns gleich zum nächsten Objekt. Hier haben wir keinen Basalt. Hier haben wir den Nazareed-Block. Der ist ja ultra teuer, wie wir wissen. Aber das passt perfekt zu einer Zwergenwelt zum Beispiel. Zu einer Steampunk-Welt zum Beispiel. Vielleicht auch zu einer etwas moderneren Industriewelt. Da kommen wir gleich zu. Und obendrauf habe ich einfach den neuen Seelensand genommen. Hier also die Seelenerde. Und wenn man die anzündet, gibt es blaue Flammen. Also haben wir ein richtig geiles Leuchtfeuer vielleicht für ein Zwergengebiet. Hier kommen wir jetzt zu der etwas moderneren Variante. Das könnte ja so eine Fabrik-Industrie-Geheimbunker irgendwie sowas Tür sein. Hier oben haben wir den Scanner. Hier die Tür. Und dann kann man dahinter natürlich einfach so tunnelmäßig arbeiten. Vielleicht für so eine Fabrik könnte es sehr, sehr gut sein. Aber wie gesagt, das ist natürlich ultra teuer. Der Nazareed-Block ist schwierig. Kann man aber machen. Vielleicht, wenn man einfach eine geile Map im Kreativ baut. Mein dritter und vorletzter Favorit in dieser Reihe. Ja. Schnee schmilzt nicht. Bei unseren Seelenflammen hier. Es ist ultra cool. Erstens. Schnee wird nicht bedingt von Seelen, Feuer, Flammen, Laternen, Fackeln, wie auch immer. Es schmilzt nicht. Und zweitens. Es ist blau. Blau und Eis. Es ist Perfekto Mundo. Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Und wir können jetzt hingehen. Einfach zur Demonstration. Damit man es mir glaubt. Wir machen hier eine Fackel hin und warten mal ab. Aber es ist so gut. Wir können in der Schneeregion jetzt wirklich beleuchten. Dynamisch machen. Wir können neue Dinge kreieren. Einfach dadurch, dass wir Fackeln, Laternen und Feuer setzen können. Was eben nicht dafür sorgt, dass der Schnee verschwindet. Könnt ihr jetzt mal verschwinden, Schnee hier? Ha. Da ist es passiert. Ja, also nix ausgestellt. Nix Ticks oder Commands oder so. Alles easy. Okay. Ja, ein Command Block. Aber, ganz ehrlich, den muss ich zeigen. Denn wir sehen schon, was hier passiert ist. Ja, wir machen mal die Glasscheibe weg. Nehmen uns mal den Rahmen. Da ist nämlich ein Rahmen. Ja, und wir sehen den. Komisch, ne? Wenn wir aber jetzt hier hingehen und wir machen, slash, give it p. Das ist der nächste Spieler. Item-Frame. Geschwungene Klammer auf, Entity Tag, Doppelpunkt. Geschwungene Klammer auf, Invisible, Doppelpunkt 1b. Und wieder zwei geschwungene Klammern zu. Die erste Klammer ist für Invisible 1b. Die zweite Klammer ist für den Entity Tag. Und benutzen das, bekommen wir auch einen Rahmen. Jetzt können wir mal gucken. Hier steht einfach Minecraft Doppelpunkt Item-Frame. Hier steht NBT einer Eigenschaft. Und die Eigenschaft ist ganz einfach, dass er unsichtbar ist. Es ist ultra, ultra cool, dass der unsichtbar ist. Das eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten. Wie zum Beispiel das hier. Hier liegt einfach so ein bisschen Holz auf dem Boden rum. Das sind Item-Frames mit Stöckern drin, also mit Sticks. Und ja, wie geil ist das denn bitte? Das ist mega, mega cool. Das führt mich echt in die Versuchung, Command-Blöcke mitzubenutzen. Aber wie geil. Du kannst die Welt einfach so viel besser machen. Wir können nicht nur die Welt besser machen, wir können sie sogar sehr, sehr stark verändern. Und so wie wir da ganz hinten schon ein eigenes Biom hatten, habe ich sie jetzt nochmal aus dem Karmelsinkram gemacht. Aber in Kombination mit Basalt. Denn Basalt hat auch diese Textur. Und es sieht ein bisschen aus wie Bruchstein zum einen. Zum anderen hört es sich wirklich an, als würde man drüber laufen. Okay, keine Ahnung, ob man es hört. Sehr leise. Auf jeden Fall hört es sich an, als würde man über Stein laufen. Das ist sehr, sehr cool. Und das ist jetzt einfach in Kombination mit ein paar Dingen von vorher. Hier unser Karmelsin-Baum, der jetzt mit Netherwarzen-Blöcken gemacht ist. Sieht sehr cool aus. Und unsere Lampe, die wir am Anfang hatten, die wir hier vielleicht als so etwas Fliegendes nehmen können. Sieht ein bisschen magisch aus, ein bisschen fliegend. Und man könnte ja jetzt auch noch einen Seelenanker drunter machen, dass so ein paar Partikel aufsteigen, damit das wirklich noch so ein bisschen immersiver wird. Und das einfach hier mit Karmelsin- und Netherwarzen-Blöcken. Hier haben wir ein bisschen Kies und Basalt. Haben den neuen Pilz, den Karmelsin-Pilz oder Karmelsin-Wurzel. Ultra cool. Mega, mega Biomöglichkeit. Jetzt kommen wir zum letzten. Und zwar zu einem Raum, wo ich gedacht habe, ich versuche mal nur mit neuen Blöcken diesen Raum zu machen. Nur mit neuen Blöcken. Und das sieht so aus. Ja. Ich bin mit der Wand und der Farbwahl nicht ganz zufrieden. Aber es war ein bisschen schwierig. Wir haben hier zum Beispiel unsere unsichtbaren Rahmen. Hier ist der Ofen an. Und hier haben wir dann einfach einen Netherite-Block in den Rahmen getan. Als Knopf. Hier oben haben wir Rahmen, wo wir unser Werkzeug vielleicht Fleisch reingehangen haben. Also es ist einfach mega, Itemframes unsichtbar zu machen. Hier haben wir dann nochmal unser Kirschfass. Oder vielleicht in diesem Küchenstil könnte es auch einfach Fleisch sein. So ein Riesenblock. Wir haben hier mit Netherite einen richtig massiven Kamin gebaut, wo dann auch noch so ein bisschen Amboss davor ist. Das passt super zusammen, Netherite und der Amboss. Da oben haben wir die Türen untergebracht. Hier haben wir so ein bisschen eine Zwiebel, äh Zwiebel, Zwirbelrankenpflanze gemacht, die man aber auch gleichzeitig als Treppe benutzen kann, hoch in die nächste Etage. Das ist auch mega cool. Wir brauchen nicht mehr direkt so Treppen zu bauen, sondern wir können auch sowas nehmen. Finde ich mega gut. Gut, hier wieder unsere Lampen, unten unsere Nachttische, wo wir auch wieder mit den Rahmen unsichtbar die Knöpfe zum Ein- und Ausziehen gemacht haben. Und ernsthaft, bei wem liegen nicht die Klamotten ums Bett rum? Erzähl mir doch nichts. Ja, sieht aus wie bei mir zu Hause. Wenn ich nachts um drei vom Rechner ins Bett wackele, dann verliere ich einfach unterwegs die Klamotten. Aber ich liege auf der linken Seite, nicht auf der rechten. Ja, und der Boden ist auch nur aus Basalt gemacht. Ein Basaltmuster mit dem neuen Seelensand, also der Seelenerde, als ein Teppichmuster. Mega, mega cool. Also wir haben so viele neue Möglichkeiten, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Das waren sie schon, meine Ideen und kleinen Bautipps und vielleicht Anregungen zu dem, was ihr machen könnt mit den neuen Möglichkeiten. Welche hat dir denn am besten gefallen? Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du es gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden. Von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao mit V.